Das ist Sven. Für seinen neuen Job muss er vorübergehend von A nach B und dabei flexibel bleiben. Für ihn ist klar, ein Auto muss her. Für einen Neukauf möchte er kein Geld ausgeben und Leasing will er nicht. Außerdem möchte er nicht lange suchen und auch kein Risiko eingehen. Deshalb nutzt Sven Vive La Car, das neue Autoabo für günstige und flexible Mobilität. So funktioniert's. Auto aussuchen, zum Beispiel Kleinwagen oder Kombi. Monatskilometerpaket auswählen, im Checkout bestätigen, Auto beim regionalen Vive La Car Partner abholen und glücklich losfahren. Mit dem Autoabo genießt Sven jetzt mehr Freiheit. Kein Papierkram, kein Risiko, keine Preisverhandlungen und das Beste, er kann sein Fahrzeug jederzeit kündigen und einfach zurückgeben. Die Kilometer werden per GPS-Tracking genau erfasst. Und wenn er einmal weniger fährt als geplant, werden Sven die nicht genutzten Kilometer für den nächsten Monat gutgeschrieben. Vive La Car, sorgenfrei Auto fahren. Passt zu Sven, passt zu dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.